Herzlich willkommen bei Folge 2 von Vocal Im Profan. Mein Name ist Helga Liewald und schon geht's los. In dieser Folge lernst du, wie du eine Melodie in Moll singen kannst. Du erinnerst dich. Eine ausgewogene tonale Melodie besteht aus Schritten und Sprüngen. Und die sind in Moll eben etwas anders als in Dur. In natürlich Moll, das ist eine der Moll-Tonleitern, die verwendet wird, liegen die Halbtonschritte zwischen dem zweiten und dritten und siebten und achten Ton. Es gibt wie gesagt noch weitere Moll-Tonleitern, harmonisch und melodisch genannt, die jeweils eine andere Abfolge von Halb- und Ganz-Tonschritten haben. Was alle Moll-Tonleitern jedoch gemeinsam haben, im Gegensatz zu Dur, ist in Moll charakteristisch, dass der dritte Ton einen halben Ton tiefer liegt. Also in Dur 1 2 3 und in Moll 1 2 3. Nochmal im Vergleich Dur 1 2 3, Moll 1 2 3. Wir empfinden das Moll mit unter als traurig, aber nicht weil das so ist, sondern weil wir so sozialisiert sind. Du kennst bestimmt Lieder in Moll, oder? Also viele Poplieder sind in Moll und viele Lieder sind aber auch nicht durchgängig in Dur oder Moll. Wenn man sagt, dieses Lied ist in Dur, dann bezieht sich das dann auf die Start- und Zieltonart. Ein bekanntes Volkslied oder ein bekannter Volksliedkanon ist Heo, spann den Wagen an. Heo, spann den Wagen an, denn der Wind treibt Regen übers Land. Ganz anderes Lied, oder? Zurück zur Moll-Tonleitern. Wir singen erstmal die Tonschritte. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 Also lustig ist wirklich, wenn man Dur Lieder in Moll singt, zum Beispiel Alle meine Entchen. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See, Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Oder umgekehrt. Das kannst du mal mit Liedern, die du kennst, versuchen. Damit du wieder automatisch auf den wohlklingenden Tön landest und tonale, konsonantklingende Betonung hast, kannst du mit der Moll-Tonleiter wieder auf den Bordun singen. Wenn ihr mehrere seid, könnt ihr damit ganz einfach zweistimmig singen. Die Übungen der Folge 2, die gehen wieder in 5 Levels für Anfänger und Fortgeschrittene. Level 1 ist einfach die Leiter immer wieder rauf und runter zu singen. 5 Levels für Anfänger Ich musste mich gerade schon ein bisschen am Riemen reißen, dass ich nicht schon zu Level 2 gehe, nämlich Leitern und Sprünge zu kombinieren. Level 2b. Du kannst verschiedene Silben und Rhythmen unterbringen. Level 3. Die Melodie lädt wieder ein zu verschiedenen Sounds. Level 4. Du kannst auf den Bordonen Du und Moll im Wechsel singen. Level 4. Du kannst auf den Bordonen Du und Moll im Wechsel singen. Level 5. Ein Text zu einem Thema. Zum Beispiel Thema Abschied bis zur Folge 3. Ich sage jetzt auf Wiedersehen. Es war heute wieder wunderschön mit dir zu singen. Auch wenn ich dich leider hier nicht sehe. Doch ich spüre dich und sing mit dir in Du und Moll. So und was erwartet dich in Folge 3? Wir bauen das Gefühl für Du und Moll aus, sodass du auch zur Begleitung mit mehr als einem Akkord singen kannst. Ich würde mich total freuen, wenn du dran bleibst und Spaß mit den Folgen hast. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Herzlich Willkommen bei Folge 2 von Vocal Impro Fun. Mein Name ist Helga Liewald und schon geht's los. In dieser Folge lernst du, wie du eine Melodie in Moll singen kannst. Du erinnerst dich. Eine ausgewogene tonale Melodie besteht aus Schritten und Sprüngen. Und die sind in Moll eben etwas anders als in Dur. In natürlich Moll, das ist eine der Molltonleitern, die verwendet wird, liegen die Halbtonschritte zwischen dem zweiten und dritten und siebten und achten Ton. Es gibt wie gesagt noch weitere Molltonleitern, harmonisch und melodisch genannt, die jeweils eine andere Abfolge von Halb- und Ganz-Tonschritten haben. Was alle Molltonleitern jedoch gemeinsam haben, im Gegensatz zu Dur, ist in Moll charakteristisch, dass der dritte Ton einen halben Ton tiefer liegt. Also in Dur 1, 2, 3 und in Moll 1, 2, 3. Nochmal im Vergleich Dur 1, 2, 3 Moll 1, 2, 3. Nein, wir empfinden das Moll mitunter als traurig, aber nicht, weil das so ist, sondern weil wir so sozialisiert sind. Du kennst bestimmt Lieder in Moll, oder? Also viele Poplieder sind in Moll und viele Lieder sind aber auch nicht durchgängig in Dur oder Moll. Wenn man sagt, dieses Lied ist in Dur, dann bezieht sich das dann auf die Start- und Zieltonart. Ein bekanntes Volkslied oder ein bekannter Volksliedkanon ist Heo, spann den Wagen an. Ja, wie würde das wohl in Dur klingen? Heo, spann den Wagen an. Ganz anderes Lied, oder? Zurück zur Moll-Tonleiter. Wir singen erstmal die Tonschritte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Also lustig ist wirklich, wenn man nur Lieder in Moll singt, zum Beispiel Alle meine Entchen. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See. Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Oder umgekehrt. Das kannst du mal mit Liedern, die du kennst, versuchen. Damit du wieder automatisch auf den wohlklingenden Tön landest und tonale, konsonantklingende Betonung hast, kannst du mit der Moll-Tonleiter wieder auf den Bordun singen. Wenn ihr mehrere seid, könnt ihr damit ganz einfach zweistimmig singen. Die Übungen der Folge 2, die gehen wieder in 5 Levels für Anfänger und Fortgeschrittene. Level 1 ist einfach, die Leiter immer wieder rauf und runter zu singen. Ich musste mich gerade schon ein bisschen verraten. am Riemen reißen, dass ich nicht schon zu Level 2 gehe, nämlich Leitern und Sprünge zu kombinieren. Level 2b. Du kannst verschiedene Silben und Rhythmen unterbringen. La 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 hey all hey you hey oh hey o hey oh hey o ni o ni o ni â O da la 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 sone für ein Emily Er falei Level 3. Die Melodie lädt wieder ein zu verschiedenen Sounds. Level 4. Du kannst auf den Bordonen Du und Moll im Wechsel singen. Level 5. Ein Text zu einem Thema. Zum Beispiel Thema Abschied bis zur Folge 3. Ich sage jetzt auf Wiedersehen. Das war heute wieder wunderschön, mit dir zu singen, auch wenn ich dich leider hier nicht seh. Doch ich spüre dich und sing mit dir im Du und Moll. So und was erwartet dich in Folge 3? Wir bauen das Gefühl für Du und Moll aus, sodass du auch zur Begleitung mit mehr als einem Akkord singen kannst. Ich würde mich total freuen, wenn du dran bleibst und Spaß mit den Folgen hast. Bis zum nächsten Mal. Tschau!